Bei mir startet der Tag mit einem Cocktail und zwar mit einem Power-Cocktail. Das ist eine hochintelligente Vitaminmischung, so geht es einfach mal. Hochintelligentes Gemüse und schmeckt lecker, natürlich ohne Alkohol, damit es auch richtig stilpassend ist. Jetzt habe ich da große Kalperiniergläser und weil ich ja 50 plus bin, ich bin 51, gibt es noch Generation 50 plus dazu. Also das kann man nehmen, so ab ca. 45. Was ist da drin? Die guten Stoffe wie Q10, Omega 3, Lutein für die Augen, roter Ginseng, Isoflavon und das alles in einem Package, wo man im Vergleich zu den Einzelprodukten 40% spart. Ich bin ja ein Sparfuchs oder preisbewusst, so nennen sie es einfach mal. So, und die beiden Dinge, die sind gedacht, dass das Generation 50 plus in Verbindung mit dem Power-Cocktail eben hier getrunken wird, gemixt wird, benutzt wird. So, und jetzt muss ich leider abschalten, weil ich jetzt meinen Cocktail genieße. Also, Prost ihr Lieben und einen schönen Tag.